so hohe lehrt hat bei ihr Fenster dieser Trenzer liebt diese manche ist manche die Fehler ja heute ist zum wieder mal zum zweiten Mal bei meiner Wille die Achtentrasse mit Papst 39 erstens einmal Schock aufgetaucht von einer schnellen Duell mit dem Schleswig-Holmarsen warten müssen und diese sich hat er noch vier Punkte ein Ullusor sieht mein Team ist nicht gerade hoch ich konnte immer noch anmeldet kein Problem so jetzt aber ich greifen jetzt dann sieht man nicht mehr zwischen Menschen angegriffen ich verspring das mal alles Nürnberg Platz nicht schlecht die Stadt noch mal um ja ist natürlich nicht so spannend wenn ich nicht mit uns überspringen will mir fast voll episch epische Maske epische Waffe oder 2.5 von episches Cape die Böcher Götte maximal peinlicher Ted Party Götte umhang um Klo reiches Cape und Ultra Uelz hat Uelkram Marien Urien ich hoffe das ist das heißt Knäuer und Superheil Maske episch auch Neha die Klo Röhrer Senname die kommen Messergefühl allmächtig M Allmächtigkeit naja ist ja auch egal um sie ist bin fast nur mit 400 ist nicht so viel ist ja eigentlich egal oder ich hoffe es solche da ach hier ich glaube kurz Super Mario und zu tun hat auch schon kein ich leite Haufen Leute ein und trotzdem keiner anwesend warum spielen nicht mehr da und gut es sind für sich wusste wir sind so fast alles selten naja ich habe alles episch wo auch 110 Schaden und noch schlecht und nun siebzig dafür dass er will müsste man ein bisschen besser Intuition sein generell ein bisschen besser na gut von beiden Läden die auch nicht gerade so gut natürlich auch schlechter und kurz gute Stufe und kommt noch zu eingeben an und ich bin Uhr sie uns muss ich schon muss vergleichen die ist viel besser glaubt wohl uns zusammen nimmt es sogar besser auf 5 10 Nuss Prozent mit 10 Prozent Buster ist nicht so gut und bräuchte nicht alle dann noch ein Mädel mehr angucken nein ja es gibt noch ein paar bessere und das ist die Verlieb Usulippen Buchmann noch ein Mädchen okay die ist er wachten 30 da bin ich auch noch viel besser ein ein näher aus noch ja ich liebten Kraft ein bisschen hinten ich wollte erst mal kurz Intuition aber als bemerkt dass man Prozent für kaufmission also solch einer Mission hat dass man da am besten einfach auch Konditionen zwei wenn jetzt Haufen Leute anklotzt die sieben die Leitungen auf Konditionen der Euro auswärtssachen nicht verkaufen ist gleich ich weiß manche nur sagen nein das ist dumm finde ich nicht wenn man es nicht mehr braucht wenn das Minus 50 ist oder Maxi also mein höchstes Mal habt aber kein Arbeitsbooster ich brauche nur ein bisschen bei der Arne nach der Aufnahme und wenn der Schocker heute besiegt wird das zeig ich euch was bekommen hat was für Geld und wenn man um 10 mal angreift dann kann es schon ein epischer Gegenstand sein oder zumindest selten und wenn man 15 mal oder fast mal und so noch viel Hörer kommen hat dann ist es eigentlich 100 Pro und Epik gibt es sich ab und zu auch ausnahm aber zu 90 Kuhneprote ist es so ja es ist so viel ist eigentlich ne ich schnell wie man kommt ungefähr und 20 Level also 20 20 20 20 20 20 20 im Regen ja das war ich jetzt schon mal die Aufnahme ist man beenden